Hallo Freunde, ich stelle fest, dass der Platz ungleichmäßig gefüllt ist. Da drüben ist irgendwie viel mehr Platz als dort, woran liegt das? Das schafft man wahrscheinlich. Das heißt, es ist natürlich ein bisschen ungerecht. Ihr kriegt die gute Sonne ab und ihr geht blass nach Hause. Deswegen werden wir jetzt den nächsten Song mehr in die Richtung spielen. Der ist von den Beach Boys. Die sind gerade auf Deutschland-Tournee. Der nächste Song beschreibt das, was die Beach Boys in den 60er Jahren jeden Tag vor der Haustür gesehen haben. Den Strand, das Meer, die Palmen, unseren Alex und natürlich die Mädels am Strand. The California Girls.